Hallo Freunde. Halli, hallo, hallöchen. Halli, hallo, hallöchen. Na, meine kleinen Freunde. Hallo? 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 War ja nur ein Vogel. Jetzt hatte ich übelst Bock auf diese... Wow. Vogel? Ich hab übelst Bock. Dieser Vogel. Ist erschießen. Gleich kommt hier der... Vogel. Hey, guck mal, was da ist. Äh, äh... Ah, 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 nein, 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 ah, geh weg. Du siehst mich nicht. Du siehst mich doch. Nein. Oh, au. Ich seh doch nichts. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Ah, 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 ah. Lass mich da rein. Ich sehe keine Möglichkeit, sie aufzukriegen. Schlüssel helfen manchmal, weißt du? Nun, klar. Ich bin ja auch so dumm und spring da runter. What the fuck? Hallo? Riesen-großes Teil. Wahnsinn. Meine Billardkugel. Bäh. Nein. Ich kann mein Teddy nicht mitnehmen. Du kannst mich jetzt nicht hier alleine lassen. Komm schon. Komm schon. Du schaffst das. Du schaffst das. Ich glaube, ich hab einen neuen Freund. Du heißt Piggy. So. Oh. Äh, Piggy, du hast... Du, ich, ähm... Das ist ein wenig ungünstig, Piggy. Diesmal krieg ich es hin. Ganz bestimmt. Nein, 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 nicht zu gehen. Kannst du mal bitte deinen Arsch da... Und was mach ich hier? Achso, das stimmt. Ich suche meine Kinder. Und was sagst du dazu? Blut. Was? Also, was heißt Blut? Ich mein natürlich, äh, Rotwein, ne? Rotwein mein ich. Das ist Entspannung pur. Das ist Entspannung pur. Geh weg und stört doch. Nimm das und das und das und... Au, wow. Also, ich hatte mir meinen Stadtrundgang anders vorgestellt. Ich glaube, ich bin geistig verwirrt. Hallo. Ah, jetzt bin ich. Ähm. Da war grad ne Tür. Dann werde ich jetzt mal, äh, die Lautenseite auf die Armbrust spannen. Weil das nämlich funktioniert. Also, meine Bücheregale haben auch immer ein, äh, ein Dach aus Metall. Falls mal, äh, Geister kommen und ich nen Blitzschlag einfangen muss, um sie dann mit einem Kurzschluss in die Flucht zu treiben. Die Hundezähne brauche ich, glaube ich, auch für irgendwas, aber ich weiß nicht für... Du brennst. Du bist verbrannt. Was? Oh. Was war das? Oh Gott. Oh Gott. Oh fuck. Oh fuck. Näääää. Nääää. Nääää. Schrauben. Jeiicht jagt. Hui. Kam das hier lang? Ne, oder? Oh du bist hier echt. Oh, bist du fit. Nein nein nein. Ach du scheisse. Na du kleiner Mutant? Ich höre es. Haaa! 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 Ha-haa! Haaa! Haaa. Ich höre ein Schwein. Ach Quatsch, hier liegt nur ein toter Vogel rum. Genau, los du auf Scheißvieh. Hochhaus, hochhaus, hochhaus mit Hände. Wow! Boah, Alex! Ich renne jetzt. Für den Notfall, dass mich irgendwas verfolgt. Nö, nö, genau, genau, du Mistvieh. Ich globs gleich, ich globs Hakt, nein! Wo bin ich, wo bin ich, ich sehe überhaupt nichts, ich weiß gar nicht. Hallo? Na auf, pscht. Hä? 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 Ja, äh, ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber ich glaube, dass, da kommen wir nicht weiter hier mit der Scheiße. Äh, die Scheiße, die funktioniert einfach nicht, wie sie soll. Alter, wer hat denn hier überall sein verdammtes Lager? Das ist schade. Ja, ich weiß. Mit magischer Kraft. Verfluchtes Verborgen vor dem Kopf, den Wächterblut. Waffe unter dem nördlichen Sokar. Im Betreten der Dunkelheit, zerstörer Altar, wirst du immer verflucht sein. Na, wenn sich das nicht gut anhört. So, wie war das und dann war das so? Ja, cool. Ich bin Sadist. Intchen! Und dann, wenn es soweit ist, wird es zu spät sein und hör auf, so laut zu atmen, Mädel. Hör auf. Hör auf. Psscht. Ich wurde verkifftet. Ja. Ja, quatsch mich nicht voll. Mach dich weg. Mach dich weg. Mach dich selber weg. Oh, wie knuffig. Ja, ich höre dir nicht zu. Much, genau. Ja, ich bin nicht da, ne? Also, ignorier mich bitte. Hier drüben! Hä? Weiter so, Freund. Die Station ist verloren, aber es gibt noch mehr. Hä? Ich bleib hier, falls andere durchkommen. Die Verbindung muss weiterlaufen. Hä? Irgendjemand redet mit mir. Äh. Äh. Moment. Die finde ich noch. Bestimmt. Oh, oh, oh. Hallo. Äh. Voll ignoriert, die Frau. Naja, gut. Passiert. Uh. Ich liebe Schnecken! Was ist dein Ernst? Oh, oh, oh. Ob ich den da hinten einfach mal angucken soll? Oh, 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 oh. Gib mir das. Stirb. Oh, oh, oh. Mann, bin ich jetzt erschrocken. Ah, alles klar. Oh. 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 Ich kann nicht sehen. Ich bin geblendet. Oh Gott. Ach, geh weg. Äh. Eww. Habe ich dich echt dort getroffen, wo ich gerade denke, dass ich dich da getroffen habe? Autsch. Los, Hoden. Du bist dran. Stopp. Gekonnt in den Schritt. Oh, oh, oh. Die Dose aufheben. Welche Dose? Vielen Dank für Ihre Angelegenheit. Die Dose. Und jetzt in den Mülleimer. In den hier. Okay, gehen Sie. Die kriege ich wieder raus. Meine Welt hat das Räumlichen Dienstag der Allgemeine. Also betehen und schlieren und dabei zu uns her. Ich habe gemacht, was du wolltest. Also lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Idiot. Man legt sich nicht mit mir an. Denn ich bin... Na, wer bin ich? Gordon Freeman. Sagen, mich kein Baummonster holt. Das ist alles gut. Und noch eins. Und dann passt das schon. Nee. Nee. Scheiße, mein Fuß ist eingeschlafen. Ah. Oh ja, zeig, wie toll du springen kannst. Kann ich auch. Hier, guck her. Super. Ich guck grad gar nicht. Ich guck grad doch. Da war ein... Ein Fass. Ich nehme alles mit. Ja, klar. Neh mal alles mit. Das wird schon kein Stirn, wenn was fehlt. Ah. Es brennt's. Ja, genau. Und plötzlich brennt's. Aus heiterem Himmel. Spontane Selbstentzündung. Wie das Sofa vor unserer Haustür. Das ist zwar fast wie Cheaten, aber okay. Hi. Da rum, du... So. Oh, nein, 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 nein. Nein. Ich will das hier. Mann, oh. Oh, nee. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Inneres dem